Achtung, wir gucken leise alle! Bewert der Maulstegi von 1 bis 10. Boah. Das ist schwer. Pulter Bitches. Ich würde sagen... 7,5 oder so. Das ist gut! Hey, ohne Scheiß, na klar! Das schreibe ich in meinen Titel. Ne, ich schreibe es nicht in meinen Titel, aber das können wir... Das könnte ich auf mein Tinder-Profil schreiben dann. Übertrieben! Da war kein Ja-Zepult, der Bitches. Fuck, du, ich hab recht. Ihr habt recht. Scheiße! Oh, Digga, 5 würde mir reichen. Das passt schon. Ey, krass! Ohne Scheiß, das gebe ich so zurück. For real, let's go, wenn 5 Average wäre. Überstark. Was würdest du dir selber geben? Es ist schwierig einzuschätzen. Ich finde so, ja, Average einfach. Ist 7 nicht einfach das, was man zu jedem sagt, wenn man nicht gemeint sein will? Ja, kann auch gut sein. Naja, komm, kann auch gut sein. Das ist schon, ja. Okay, dann lass uns drauf einigen. Ich bin wahrscheinlich der hässlichste Nicht-VTuber, den es gibt, okay? Von mir aus machen wir es so. Okay, lass uns so machen. Da ist's. Aber so vom Ding her, nachdem du ihn jetzt gesehen hast, was denkst du, wie lange ist er ein Schling-Schlong-Donkey-Kong? Hat das bitte nie wieder, Bro. Äh, Bro, soll ich jetzt based on Outfit raten, wie groß Stegis Cock ist? Ich glaube, Stegi hat so einen Solid-German-Average-Cock. So ein, so ein 16 Zentimeter, so ein bisschen above Average, so ein 15, 16 Zentimeter. Jawoll! Ich glaube, 14 oder so. So? Hey! Alter, das ist gut. Das ist for real gut. Nee, das kann man lassen. Aber hätte ich ja... Ja, doch. Ich will nicht zu viel sagen so, aber wenn er nicht ausgefahren ist, sage ich, ja, stimmt. Ansonsten geht er noch, natürlich kann man noch ein paar Zentimeter drauf. Ja, ja. Also wirklich. Ja, na klar. Sicher. Du weißt es. Hm, weiß ich nicht. Jetzt die Qualität auch.